Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Flächeninhalt des Dreiecks. Den kennt ihr schon. A für Flächeninhalt des Dreiecks ist 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Wenn wir das im Koordinatensystem anschauen und hier zum Beispiel genau hinschauen, dann können wir doch sehen, dass die Grundseite hier grün mit kleinem g markiert 3,5 Längeneinheiten lang ist, weil durch die Koordinaten der Punkte man das ablesen kann. Das liegt daran, dass die Grundseite parallel zur x-Achse ist. Und auch die Höhe, die senkrechte vom gegenüberliegenden Punkt, die kann man auch gut ablesen, weil die parallel zur y-Achse ist. Sind hier drei Längeneinheiten. Und so kann man im Koordinatensystem dieses Dreieck, den Flächeninhalt, schnell bestimmen. Bei dem hier schaut es schwieriger aus. Wir zeichnen die Höhe mit der senkrechten, mit dem Geodreieck ein, aber dann haben wir das Problem, dass Grundseite und Höhe nicht mehr parallel zur x- und y-Achse liegen. Und deswegen müssen wir uns hier was Neues einfallen lassen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Eine Formel für Grundlinie und Höhe ist hier hinfällig, weil wir die höchstens messen können, aber eben nicht aus den Koordinaten der Punkte ablesen können. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe da ein Viereck einbeschrieben, ein Rechteck genau genommen. Das heißt einmal ringsum durch diese Punkte. Weil dann entstehen nämlich drei Dreiecke, die eine Besonderheit aufweisen. Die sind jetzt nämlich rechtwinklig. Und bei den rechtwinkligen Dreiecken, da sind doch die Grundseiten und die Höhen, zumindest eine Grundseite zu einer Höhe, immer zwei Seiten. Also das ist die Grundseite und das ist die Höhe. Das heißt, hier kann ich mit 0,5 Grundseite mal Höhe den Flächeninhalt bestimmen. Das sind hier vier Fe. Wer möchte, kann hier mit den Koordinaten nachlesen und nachrechnen. Hier sind es 3,125 Fe für Flächeninheiten und hier sind es 3,375 Fe Flächeninheiten. Das heißt, wie kommen wir auf das Dreieck? Wir müssen einfach nur das Rechteck bestimmen. Das Rechteck ist 4 Längeneinheiten hoch und 4,5 Längeneinheiten lang und dementsprechend 18 Flächeneinheiten groß. Und davon ziehen wir dann die anderen drei Dreiecke ab und erhalten unser Dreieck, das wir hier suchen. Das wäre also eine Möglichkeit. Aber Mathematiker haben herausgefunden, dass es noch einfacher geht. Man braucht also nicht diese Dreiecke außen herum, sondern man kann es direkt durch die Koordinaten der drei Punkte des Dreiecks bestimmen. Wir brauchen dazu Vektoren, einen Vektor a und einen Vektor b. Ich nehme jetzt hier mal zwei Vektoren und die müssen eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, nämlich sie müssen den gleichen Fußpunkt haben. Also wir nehmen hier den Fußpunkt a, machen einen Vektor, den ersten, den Vektor klein a und dann nehmen wir noch vom gleichen Fußpunkt ausgehend, also vom Punkt a, einen zweiten Vektor, Vektor a und Vektor b. Und dann kommt es auf die Reihenfolge an, welcher ist der Vektor a und welcher ist der Vektor b. Da müssen wir uns jeweils den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren anschauen und den Drehsinn anschauen. Von dem einen wird hier nach drüben gedreht, das ist der Drehsinn des Winkels. Und diesen Drehsinn müssen wir auch bei der Auswahl dieser Vektoren verwenden. Das ist der erste Vektor, das ist der zweite Vektor. Der, wo der Pfeil quasi beginnt, ist der erste, da wo der Pfeil endet, da ist der zweite Vektor. Jetzt können wir diese beiden Vektoren in eine neue Formel einsetzen. Ihr seht schon hier zwei Striche, damit wird eine Determinante berechnet. Aber ganz langsam, der Flächeninhalt des Dreiecks ist also 0,5 mal zwei Striche mit vier Zahlen darin. Hier sind die Koordinaten des ersten Vektors, hier sind die Koordinaten des zweiten Vektors. Und wenn wir das jetzt hier berechnen wollen, dann bestimmen wir die Determinante, indem wir links oben mit rechts unten multiplizieren und links unten mit rechts oben. Schauen wir es uns genauer an. 0,5 bleibt bestehen und dadurch, dass ich den ganzen Teil hier multipliziere, muss ich den ganzen Teil in Klammern setzen. Links oben, also ax mal by minus links unten ay mal rechts oben bx. So kann ich jetzt also den Flächeninhalt des Dreiecks mit Determinante bestimmen. Wir machen das einmal kurz nach. Wenn wir jetzt also den Vektor vom ersten hier bestimmen, vom Vektor a, dann sind es doch 4,5 nach rechts und 1,5 nach oben. Oder Spitze minus Fuß, 5,5 minus 1 und 2,5 minus 1. Der Vektor b, den können wir genauso bestimmen. 2 nach rechts, 4 nach oben, beziehungsweise eben von Spitze minus Fuß kommen wir genauso auf die Koordinaten. Jetzt setzen wir das Ganze in diese neue Formel ein. Also 0,5 und diese beiden Striche, fe dahinter für Flächeneinheiten, weil wir hier im Koordinatensystem sind. Hier die beiden Vektoren, die ersten, also die, wo der Drehsinn zuerst weggeht, 4,5, 1,5 und dann die Koordinaten des zweiten Vektors, 2,4. Hier links oben mal rechts unten, links unten mal rechts oben, bedeutet 0,5 mal Klammer auf, 4,5 mal 4 minus 1,5 mal 2, fe. Und das ergibt 7,5 fe. Und das hat es vorhin auch bei der Berechnung mit den Dreiecken so ergeben. Das heißt, die Variante ist meistens und wird meistens als einfacher gesehen. Man muss es nicht noch mehr zeichnen, sondern man kann direkt aus den Koordinaten die Vektoren bestimmen und dann diese Vektoren in die neue Formel einsetzen. Das geht übrigens auch durch andere Vektoren. Ich bin hier nicht auf diese beiden, die gerade da waren, beschränkt. Ich kann auch einfach einen neuen Fußpunkt nehmen, nämlich den von C aus. Und dann nochmal einen Vektor, der auch von C ausgeht, soll ja der gleiche Fußpunkt sein. Jetzt schaue ich mir wieder an, wo ist hier der Drehsinn. Der Winkel geht in die Richtung. Das heißt, der erste Vektor muss der sein, der zweite Vektor muss der sein. Dementsprechend gibt es natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit. Von Punkt B zu C als erster Vektor rübergedreht, von Punkt B zu A als zweiten Vektor. So kann ich das auch bestimmen. Es kommt jedes Mal dasselbe Flächeninhalt raus. Heute haben wir also kennengelernt, wie man den Flächeninhalt des Dreiecks auch mit Hilfe der Determinanten bestimmen kann. Wir brauchen dazu zwei Vektoren mit selben Fußpunkt und wir müssen bei der Reihenfolge acht geben. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathestunde. Tschüss!